Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Kaiserslautern. Zweite Bundesliga 2023-2024, sechste Spieltag. K2SC gegen Kaiserslautern, Ergebnis 1 zu 1. Startelf, K4SC, Dreyfus, Jung, Droma, Franky, Heise, Konrov, Nebel, Jensen, Winzek, Martin Fiek, Schluztener, Startelf, RCFC Kaiserslautern, Kral, Elvidi, Graus, Tomiak, Zimmer, Neuhaus, Rechel, Buschholz, Ritter, Tache, Ache. Das war's von K2SC gegen RCFC Kaiserslautern, 21.56 Uhr.